Es ist die Geschichte von Sedgwick, dem traurigen Clown. Sedgwick schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. Puh, das ist meine Hypothek für den jungen Clown Sedgwick. Diese wunderschön gezeichnete Welt soll er zerstören? Naja, nicht wenn wir ihm dabei helfen können, genau das zu verhindern. Das Adventure The Whispered World der Edna-Bricht-Ausmacher ist in vielerlei Hinsicht sehr ungewöhnlich. Zum einen sind alle Charaktere und Hintergründe handgezeichnet und das ist, wie wir finden, außerordentlich stimmig. Dazu passen eine Reihe schräger, aber zumeist liebenswürdiger Charaktere, wie allen voran unser Held Sedgwick. Der leidet nicht nur unter einem leichten Minderwertigkeitskomplex, sondern lässt auch keine Gelegenheit aus, uns daran teilhaben zu lassen. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein, das ist nur mein Spiegelbild. Ein tiefer, dunkler Schacht, wie mein Leben. Ungewöhnlich ist auch Sedgwigs ständiger Begleiter und einziger Freund Spot, eine kleine grüne Raupe. Oder ist es eine dicke, kugelrunde grüne Raupe? Ja, genau das ist ja das Besondere an Spot, denn er kann bei Bedarf seinen Zustand ändern. Mal ist er dick, mal dünn, dann mal wieder flach wie eine Flunder und außerdem kann er sich spontan selbst entzünden und fünf teilen. Diese unterschiedlichen Aggregatszustände von Spot müssen wir im Laufe des Abenteuers aber erstmal freispielen. Ist es dann soweit, können und müssen wir ihn für die unterschiedlichsten Rätsel einsetzen. In dieses Ofenrohr zum Beispiel passt der dicke Spot nicht rein, also haben wir ihn erstmal eben schnell verdünnisiert und dann in den Ofen gesteckt. An vielen Stellen im Spiel müssen sie Spots Fähigkeiten sogar geschickt miteinander kombinieren. Die Kohlen von dieser Lok etwa wollen ordentlich befeuert werden. Eigentlich eine Aufgabe für den feurigen Spot. Dummerweise erreichen wir das Kohlebecken nicht, also müssen wir Spot zunächst ordentlich plätten, um ihn dann durch den schmalen Schlitz ins Kohlebecken zu schieben. Ist er dort angekommen, dürfen wir ihn wieder entzünden und schon kann die Reise in der Lokomotive beginnen. Ah, es hat funktioniert. Die Kohlen brennen. Leider sind nicht alle Rätsel so originell wie die um Spot. Was ist das? Ein Gerät, um Farben zu mischen? Oje, Mini, das wird ja ein Spaß. Tja, das hat Sedgwick treffend formuliert, denn Spaß machen simple Knobbeleien wie dieses Farbenpuzzle oder rechts das Rohrlabyrinth eher weniger. Das haben wir zu oft schon in anderen Adventures erledigen müssen. Zum Glück sind solche Aussetzer aber eher die Ausnahme. Oh Moment, hieß es nicht am Anfang, dass Sedgwick die Welt zerstören würde? Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Was habe ich nur getan? Ach je, Sedgwick. Sie, unsere geschätzten GameStar-Leser, haben Edna Bricht aus zum besten Adventure des letzten Jahres gewählt. Und der Entwickler Daedalic beweist mit The Whispered World, dass er dieses Preises mehr als würdig ist. Vor allem diese stimmungsvolle Welt, dieser liebenswerte Charakter und die tollen Dialoge, die sind einfach wunderbar gelungen. Okay, das Spiel ist nicht ganz einsteigerfreundlich und das ein oder andere Rätsel ist auch nicht so ganz gelungen, aber das ist wirklich Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Jeder Adventure-Fan sollte sich The Whispered World unbedingt mal anschauen.